Was ist das hier? Krakow am See. Links oben. Wollen wir mal gucken. Güstrow. Haben wir auch da. Krakow am See. Urlaubsgebiet hier. Wir machen erstmal eine Pause. Weiter geht's. Krakow am See. Gewerbegebiet am See. Ganz am Tag mit dem Tier. Ok, dann drehen wir gleich um. Da kommt auch noch was. Da hinten ist auch noch Krakow am See. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite der Bahn. Vielleicht kommt das ja auch erst noch. Mal sehen. Das ist ja erst. Krakow am See. Staatlich anerkannter Luftkurort. Hoffentlich haben sie auch eine Tankstelle. Ja, vielleicht mal ganz gut. Hier ist auch noch mehr. Ich denke mal, sie haben eine Tankstelle. Der muss ja auch kommen, ne? Einfach so ruhig fahren. Dann fängt mir schon was. Warten um die Taleks. Hint. Ja, eine Tankstelle habt ihr auch hier. Wo soll das sein? Ja, da drehen wir den rum. Jetzt wenn der kommt. Nehmen wir das. Hier ist auch Schluss. Erstmal auffüllen. Dann geht es weiter. Super, was haben wir nicht alles hier? So, Pause. und dann machen wir das. Farkow am See. Geht weiter. Einmal zurück jetzt hier. Da hätte wir auch reinfahren können. Das machen wir, oder? So, da fahren wir rein. Dreh mal mal um. So machen wir das. Hier wollen wir rein. Hier haben wir die Plattenbauten, die Reinhäuser. Hier lassen wir rechts rum fahren. Hier sind wir noch mal weg. Hier sind wir sogar noch mal weg. Das ist sogar... ...nasse. Hier ist nicht so interessant, aber aufklären wir um. Die Kirchdorf habe ich nämlich schon gesehen, da ist da hinten irgendwo wunderbar, das ist in der Kugel, kann auch sein. Hier kommen wir gleich rein. Nächstes Mal vielleicht hier um die Ecke, genau. Hallo. Hier kommen wir gleich rein. Die Blauer Straße, hier ist die Synagoge, hier ist super, dass es sowas gibt. Die Kirche haben wir da und dann brauchen wir nur noch den Borscheen. Borscheen muss doch noch stehen, ja nur. Und dann brauchen wir einen Tempel. Ja, einen Tempel muss man auch noch haben. Das muss auch sein. Ich werde nur vergessen und das finde ich schade. Das ist eine große Gruppe und die muss ja auch wirklich mal erwähnt werden. Friedfertig meistens. Super. Hier ist die Apotheke. Ich denke, wir kommen jetzt wieder hier raus. Dann können wir noch mal reinleuchten da hinten. Ja, fahren Richtung Justro erstmal. Der Tank ist voll. Können den ganzen Tag noch ausnutzen. Ja, dann fahren wir hier wieder zurück. Super. Ich lasse hier Steckhaus Basiel im Schloss Unterlottenthal. Das ist ein polsianisches Essen. Wir brauchen eigentlich dafür. Das ist hier gerade extra. Aber das auch hier, das ist gut so. Das soll so bleiben. Das wollen wir alle. Das ist hier Krakow am See. Aber auch noch mal gucken. Hier die Baume gut so. Und wegen Trostlosigkeit haben wir schon gedacht. Ja, hier. Ja, wir müssen. Das ist der beste Wagen. Treff. Lecker, lecker. Ich hab jetzt gekauft. Mach was. Ja, warten wir mal hier ein bisschen. Ja. Alles klar. Das ist der. Ganz drüber gepackt. Kannst du losgehen. Der Film ist wichtig. Der Film ist wichtig. Erstmal Richtig und Prüstung. Wie hier soll alles gezeigt werden. Hübsch hier. Hübsch hier. Berlin ist zunächst rum. Berlin ist zunächst rum. Hübsch hier. Hübsch hier. Hübsch hier.